Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Mario Party in Minecraft mit Rikki, dem antierenden Champion, wenn man uns zwei anschaut. Man. Ja. Ich habe so einen fetten Gürtel mit so einer fetten goldenen Plakette drauf bekommen. Ja, ja. Eins. Sechs. Ja! Wenn ich jetzt auf Bowserfelder komme, ich sag's dir. Was wird gespielt? Wer mein Problem mit Bowserfeldern hat, nein, nicht weiß. One in the Chamber. Das ist geil. Dann schaut euch die letzte Mario Party Folge an. Auf jeden Fall. Das Spiel beginnt in 3, 2, 1, 2. Mann! SELBO TV! Nein, da war ein Pfeil. Ich habe dir gerade einen Arsch gerettet. Und dann wurde ich gekillt. Ja, Mann. Du Spawncampen, wahrscheinlich. Wow! MLG! Kann man hier, muss ich hier durchlaufen? Jawohl. Nein! Fuck! Hä? Ich bin einfach zweimal... Ich bin zweimal immer weg! Einfach so weg! Alex! Alex! Hast du mich geholt? Ich bin in dem Killstreak! What the fuck? Was war das jetzt einfach so ins Nichts geschossen, in dem Fall? Der hat... Der hat... Der hat gerade welche geholt. Der legt mir den Marsch. Ah, Mann! Hi! Dritter! Mit Sunnyball. Fünf! Sechs! Und... Eins! Na, wieder meine Sechs! Also... Jawoll! Alex ist Erster. Ja, mit zwölf... Mit zwölf... Ne, ja, bei mir sind noch zwei. Fünfter bin ich jetzt. Ich bin in meinem Platz besser geworden. Oh nein! Deftcube? Hä? Ach... Nee! Ist das schlimm, Alter! Ist das schlimm! Weil es ist nicht mal angenehm, das Spiel. Es nervt einfach nur. Wie geil ist denn das? Was? Es nervt einfach nur, was ist das Ding. So... Wie geil ist denn das? ja ich bin euch schon recht weit oben ich auch und voll weit runter gefallen nice schon wieder was war das für einen Sprung dann hätte ich ja dritter passt zweiter wir sind brutal in dem Spiel Sonny wohl ist relativ gut schon wieder eine fünf drei sieben welches Feld bist du 20 ich bin 14 dann bin ich noch ein bisschen weiter vorne als du ich bin immer noch fünfter heißer Bogen okay diesmal habe ich keinen Bock so früh auszutreten die ganzen Anspielungen sind einfach weil wir das davor schon also wir haben das ist eine Aufnahme Session und Rick ist vorhin halt nicht so gut gewesen sagen wir mal mal ich glaube ich habe mich verlaufen irgendwie nein ich bin raus fuck da vorne ist noch so viel zum Laufen wieso laufen wir alle bei mir ich bin hin jawohl Ricki ist auch nicht erst da ja ich bin in den Ding gekommen wo du schwer wieder rauskommst ja hier ist noch so viel zum Laufen hier könnte jeder mal laufen und wir müssen da hinten umeinander springen man bin keine Ahnung 5 ja Feld 20 ich bin Feld 25 läuft gerade ich bin Platzierung Zweiter Erster Ich bin dritter Erster Wir sind Zwischen uns ist nur einer Nein Jetzt wird gefickt Gut So Spiel 3 2 1 Go Oh nein ich bin eine stufe runter Ich bin kurz davor zu gewinnen du auch im übrigen Nein hast du den Kill bekommen dann noch also mich Ich hab dich gekillt Ich hab dich gekillt Ich so da kommt einer mit Holz und sagt ey das ist Ricki scheiße 1 6 2 2 2 Nein Du bist vor mir jetzt Platzierung Platzierung Dritter Komm erster Ja Nein dieser tausch einfach wir sind zwei Vier fällt auseinander Reise nach Jerusalem Oh Mann das hasse ich Da kommt dann die Lohren von Himmel wo du dich reinsetzen musst ne Mhm genau Fangen was bringt die Musik wenn die Lohren sowieso irgendwann mal runterfallen Da ist eine kommt die nämlich Ja Sehr schön Alex ich hab auch eine Nice ja Team Ja was für ein Lied ist das Keine Ahnung Ja ich hab eine Scheiße ich hab keine Mann Ricki Da hol ich Alles Lohre Ja Du bist direkt an einer vorbei Ja ich hab's gesehen aber ich wollte Ich wollte auch nicht stehen bleiben Ich hab hier auf Team kompensiert Ich wollte nicht stehen bleiben Das größte wäre ja wenn sie hier Dagebi's Song einfügen würden Alter Na Tetracht ist schon viel besser Hinter dir Hinter dir wäre eine gewesen gell Fuck jetzt bin ich dritter Nein DäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄamental mountain Dann MÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ § alles klar so 232 35 du bist jetzt für 35 bin jetzt für 32 bin immer noch zweiter ich bin zweiter noch zweiter wettrennen gut da kann ich wieder punkten ja wahrscheinlich die oder war ich diesmal ersten platz und die mir bescheiße rekorde 1 14 von erdritt ok das schaffe ich nein bin ich relativ hinten dran ja ok ich werde wenigstens vierter oder so ich krieg dich noch wirklich nein scheiße got it ok treppchen krieg ich nicht nein was ist nein fuck ok treppchen kriegen wir beide nicht nein nein fick dich was ist jetzt los ich bin acht und wann in der spielmühle rein wieso nicht am anfang vorne mit laufen ok wo bin ich eigentlich ich bin vierter knapp wo bin ich lang gelaufen eigentlich aber man 451 36 bin ich 40 vierfelder vor mir die hole ich aber schon nicht holt ich schon noch richtig ich hoffe erst mal eine 13 dann hat sich die sache erledigt ich bin immer noch zweiter ja da kann ich dieses mal wieder punkten dieses mal war das auch nicht gepunktet ja jetzt kann ich punkten kann ich diesmal auch wieder punkten hat noch nie gepunktet spiel erstes mal gespielt ich bin tot es gibt es nicht für einmal einmal du hast diesmal echt gut gut gestimmt ja die ruch richtung in die ich mich gegraben ob da war einfach niemand keiner ich glaube er dritte ist es moment war ein erstes mal erster also wirklich worte das eisenschwert hier er hat einfach ein eisenschwert ja er tritt jetzt ziemlich gut der ist echt nicht schlecht den würde ich sogar den ersten platz können ja ja er tritt auf jeden Fall 100 im Ersten da sind wir nicht weiter sondern da jawohl er tritt erster zwölfter ich bin auch da voll verkackt vier mann fünf wie kann es sein feld 40 du bist 45 oder korrekt ich finde ich sehe den ersten ich bin noch dritter mit einem anderen slime jump oh nein wir freuen uns immer auf die mini spiele seht ihr gerade herr 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 ok ich bin gleich beim zweiten wahrscheinlich was ist denn das nein nein sugarbomb hat es geschafft der hurensohn also fünfter da oben wäre der zweite checkpoint gewesen ja ich bin auch fünfter ich habe den zweiten nicht bekommen 5 50 der erste hat gewonnen 45 mann wieder nicht erst und du bist dritter zweiter zweiter dürfte dritter sein aber plätzchen was ich bin erster was was das gibt was ist denn das hier schon wieder sehr schön easy peasy wahrscheinlich ja ich bin zweiter was ich bin erster genau ich dachte es ist aus ja ich dachte es ist aus nein jetzt gibt es der farbschlacht verstehe nicht wie man das so schnell erster werden kann muss diese power up einsam wie die dahinten Neuer Rekord, siebter. Ich bin auch siebter, aber ich habe keinen neuen Rekord. Wer ist erster? Gut. Test Acer ist dritter. Ich muss jetzt was gutes werfen. Ich habe ne 3. 3. Du hast gewonnen. Genau auf dem Ziel, ey. Genau auf dem Ziel. Aber wenn nichts anderes überkommt, hat er gewonnen, gell? Genau. Und er kommt drüber, weil er ist bei mir. Ja, ich bin wenigstens dritter. Eins über dem Ziel. Eins. Boah, ist das bitter. Man, okay. Wir sehen, Ricky ist immer noch Champion unter uns zwei. Wenn sie euch gefallen, abonnieren, kommentieren. Positiv Wert nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall bei den anderen Projekten vorbei. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü